Willkommen zu Close The Deal. Wir setzen unsere M&A Europa-Reise fort, nachdem wir letzte Woche über den schwedischen Markt gesprochen haben. Sprechen wir heute mit Christoph Ernst und Tobias Hauer von BDO Österreich über den österreichischen M&A-Markt. Wir diskutieren ganz viele Vorurteile und versuchen einen Ausblick zu geben, wo der Markt hinläuft. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zur 52. Episode von Close The Deal. Wie erwiss spreche ich jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich erfolgreicher aufzustellen. Nachdem wir letzte Woche virtuell in den Norden gereist sind und die schwedischen PE-Markt analysiert haben, geht es heute genau in die andere Richtung zu unseren Nachbarn nach Österreich. Der österreichische M&A-Markt kämpft dabei aus deutscher Sicht mit diversen Vorurteilen. Eins davon hat es sogar heute in den Eventtitel geschafft. Der Markt gilt als sehr verschlossen nach außen und dominiert von eher älteren Mitmenschen, um es mal politisch korrekt zu formulieren. Auf der anderen Seite gilt Österreich als das Tor zu Osteuropa und rund ein Drittel aller Deals werden zwischen Deutschland und Österreich direkt geschlossen. Dementsprechend wird es höchste Zeit mit diversen Vorurteilen aufzuräumen und Fakten zu schaffen, wie M&A in Österreich tatsächlich funktioniert. Eine weitere österreichische Besonderheit ist dabei die Stellung von BDO im Markt. Sie bewegen sich dort nämlich auf Augenhöhe mit den Big Four und sind damit der perfekte Gesprächspartner für die heutige Session. Ich freue mich daher sehr gemeinsam mit Christoph Ernst und Tobias Hauer von BDO Österreich den Deep Dive in den österreichischen M&A-Markt anzutreten. Christoph ist Director M&A im Bereich Deal Advisory und Tobias ist Partner und im Bereich Financial DD und Transaction Advisory unterwegs. Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Christoph und lieber Tobias. Dankeschön, herzlich willkommen. Danke, freut uns sehr dabei zu sein und ein bisschen über den Austrian Way of M&A aus dem Nähkästchen plaudern zu dürfen. Ja, das hast du schön gesagt, Christoph. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich war ja neulich bei euch zu Gast und ihr habt da schon ein bisschen berichtet und insofern bin ich froh, dass wir das Ganze jetzt im Podcast für unsere Zuhörer und noch ein bisschen intensiver gemeinsam machen. Bevor wir damit starten, kurzer Hinweis, ihr kennt das schon zu unserem neuen Produkt DealCircle Directory. Wenn ihr auf der Suche nach dem perfekten Partner, Tool oder Beratner für euren M&A-Prozess seid, schaut gerne mal im Directory vorbei. Der Link ist sehr einfach und lautet dealcircle.com slash directory. Was bekommt man dort? Einen super Überblick über die besten Anbieter in vielen Kategorien und dazu natürlich exklusive Vorteilspreise, zum Beispiel stark vergünstigte Datenräume von Intralinks. Und stark vergünstigt, da sprechen wir dann von Datenräumen für unter 1.000 Euro für drei Monate. Oder eben einen dicken Discount auf das Sekunditätsmanagement-Tool von Agicap. Auch da sprechen wir von einem Discount von 20, 25 Prozent. Es lohnt sich also sehr, einmal reinzuschauen, um sich zu informieren und vor allen Dingen dann auch zu sehr, sehr fairen und günstigen Preisen zu buchen. So, lass uns starten, Christoph und Tobias. Bevor wir ein bisschen mit den Vorurteilen über den österreichischen M&A-Markt aufräumen und uns dem Markt zuwenden, lasst uns wie gewohnt ganz, ganz kurz über eure Vita sprechen, damit die Zuhörer euch noch ein bisschen besser kennenlernen. Christoph, deinen Weg kann man dabei schon als sehr, sehr außergewöhnlich beschreiben und ohne mich jetzt so weit aus der Penzer lehnen zu wollen. Nimm uns gerne mal mit auf den Weg zwischen Fußball über Handball und Volleyball hinein ins M&A-Geschäft. Na, sehr gerne. Wie man sieht, führen doch alle Wege irgendwie nach Rom oder in dem Fall zum M&A. Also ich habe ganz klassisch BWL studiert mit einem Fokus auf KMU-Unternehmen, also immer schon diesen eigentümergeführten Mittelstand im Fokus gehabt. Und während des Studiums hat es sich ergeben, dass ich die Möglichkeit hatte, auch im Organisationskomitee für die Fußball-Europameisterschaft, die 2008 in Österreich und der Schweiz stattgefunden hat, mitzuarbeiten, mitzuwirken. War eine super Erfahrung natürlich, bei einem Groß-Event hinter die Kulissen blicken zu können. Damals eines der größten Events in Österreich überhaupt, mit dem Finale auch in Wien. War dort zuständig für den ganzen, oder mitzuständig für den Event-Transport, wo wir über 150 Volontierfahrer hatten. Viele aus Deutschland, die eben aufgrund der WM, die kurz davor in Deutschland war, auch sich in Österreich beworben haben. Das war eine Challenge, damals noch ohne Google Maps, die Leute durch Wien und die anderen österreichischen Städte zu manövrieren. Das heißt, da war eine gute Vorbereitung einmal ganz notwendig, um so eine Großveranstaltung überhaupt durchführen zu können. Da war dann die Entscheidung, ich war mitten im Studium noch, dass ich weitergehe zu den Olympischen Spielen oder zur Fußball-WM. Die Möglichkeit hat es gegeben. Habe mich dann dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, dann wird das Studium nie fertig. Ich hatte das Glück aber, dass 2010 die nächste Großveranstaltung in Österreich war. Das war die Handball-Europameisterschaft, wo ich dann auch mitwirken durfte. Und 2011 dann noch die Volleyball-Europameisterschaft. Das heißt, es ist da munter weitergegangen. Das heißt, ich habe da viel Einblick gewonnen, was es heißt, ein Groß-Event auf die Beine zu stellen, was das hinter den Kulissen bedeutet. Und die Vorbereitung beginnt ja dort auch schon eineinhalb Jahre im Vorhinein, wo man die Routen festlegt, wo man erste Hotels einmal anmieten muss. Also sehr viel im Vorfeld, was da zu leisten ist. Nach diesen Events habe ich dann doch mich wieder meinem Studium mehr gewidmet. Bin dann nach Schweden gegangen, um dann doch, doch irgendwie die internationale Komponente auch hineinzubekommen. Darum war ja auch der letzte Podcast sehr spannend, den ich da auch mitverfolgt habe. Weil ich auch diesen Schweden-Code, wie es ja oft heißt, hautnah miterleben durfte. Den ich ganz geknackt habe leider am Ende des Tages. Aber trotzdem viel über Entrepreneurship und Innovation gelernt habe in einem wirklich spannenden Land im Norden Europas. Und bin dann wieder, weil ich Wien als eine der lebenswertesten Städte empfinde, wieder zurück nach Wien gekommen. Und habe dann geschaut, okay, wie geht es jetzt weiter. Und durch mein sehr breit aufgestelltes Spektrum war dann schon die Überlegung, Richtung Strategie-Consulting zu gehen. Und dann hat sich aber ein Freund gemeldet und gesagt, du, da gibt es die BDO, die macht ein neues Geschäftsfeld, Corporate Finance, auf. Das gibt es schon in gewisser Form, aber die wollen da mehr machen. Fairerweise, BDO kannte ich damals gar nicht. Wir werden dann später vom Tobi, glaube ich, noch ein bisschen was zu unserer Entwicklung hören. Weil du aus einer vollkommen anderen Welt einfach gekommen bist. Nicht nur deshalb, sondern auch, weil die BDO damals, zwölf Jahre zurück, ganz anders am Markt aufgetreten ist und auch wesentlich kleiner war. Also wir waren damals 240 Personen in ganz Österreich, jetzt sind wir 1200. Also extrem stark wachsend. Und damals auch noch starker Fokus auf Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, wo wir ursprünglich herkommen. Aber eben mit dem Fokus so, wir öffnen uns jetzt da Richtung Corporate Finance, wollen da mehr machen. Und das war für mich auch der Antrieb, dann zu BDO zu gehen. Und eben die Skills in Wahrheit, drum auch sehr viele Parallelen zwischen Eventbranche, Großsport, Großveranstaltung und einem M&E-Prozess. Weil genau das ist, wo wir auch die Kunden darauf hinweisen. Vorbereitung ist das A und O. Das heißt, da gilt es einmal wirklich den Fokus drauf zu legen. Spannung zu halten, gleich wie bei einer Sportgroßveranstaltung. Den Zeitplan festzulegen, also die Spielzeitleiste sozusagen. Bis hin zum großen Finale, zum Showdown, wo es dann hoffentlich hin Richtung Signing, Closing geht. Also da baut sich ja viel auf. Da ist viel Emotion drin. Gerade bei dem Kernkunden, wo wir unterwegs sind. Eigentümer geführter österreichischer Mittelstand. Hängt das Herzblut des Unternehmers komplett mit drinnen. Es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle mit Siegen und Niederlagen am Weg dorthin. Mit hoffentlich dem tollen Ausgang, das Finalspiel am Ende zu gewinnen und auch das Closing hinzubekommen. Und das, glaube ich, sind schon Skills, die ich da mitgenommen habe. Teamplay extrem flexibel und Improvisationstalent auch mitzubringen. Weil bei einer Großveranstaltung, könnt ihr euch vorstellen, da passieren Dinge, die komplett unvorhergesehen sind. Man muss schnell reagieren. Ähnliches gilt für die M&D-Prozesse, die wir sehen. Man kann sich noch so gut vorbereiten. Man muss trotzdem immer wieder flexibel sein und auf neue Gegebenheiten reagieren können. Und dann aber auch mit dem sozusagen Ende, dem Closing oder dem Finalspiel. Am nächsten Tag geht dann wirklich wieder die Abbauarbeit sozusagen los. Der Übergang auf den neuen Eigentümer und man fällt dann wieder runter von voller Anspannung auf zack, was heißt das jetzt? Auch als Unternehmer sehe ich ja oft, morgen muss ich nicht mehr in meine gewohnte Umgebung gehen. Was tue ich jetzt eigentlich? Das heißt, da den Unternehmer mitzunehmen und möglichst viele positive Emotionen mitzunehmen und gut vorzubereiten auf so eine Reise, die ja dann doch lange dauert. Und das ist so ein bisschen das, was mich da auch getrieben hat und was eigentlich diese beiden Welten, Sportevent und M&D-Branche, doch ein bisschen verbindet. Ja, danke dir. Tobias, bei dir war der Weg ein bisschen geradliniger, will ich gar nicht mal sagen. Aber du hast BBL studiert und bist danach direkt in der Beratung gestartet. War das für dich schon immer ein ganz klares Ziel, Richtung M&A zu gehen? Also ich glaube, das Wort geradliniger, das trifft es eigentlich perfekt, vor allem wenn man jetzt den Vita vom Christoph gehört hat. Also ich habe ganz klassisch BBL studiert und während dem BBL-Studium war für mich eigentlich die Beratungsbranche immer schon das, was mich extremst interessiert hat, mit dem ich mich beschäftigt habe. Ich glaube, ich war da wirklich auf unzähligen Workshops, Veranstaltungen von Strategie-Consulting, Finance-Consulting, M&D-Beratern, um da einfach einen kleinen Einblick in diese Welt zu bekommen. Und habe dann auch quasi nach meinem Studium eigentlich drei Kurzstationen gehabt. Einmal bei Accenture in der Strategieberatung, dann bei der BDO, da komme ich gleich nachher dazu, das war eher ein großer Zufall, als ich da gelandet bin. Und einmal kurz in einem Konzern, wo ich dann festgestellt habe, also Konzernstrukturen sind jetzt nicht unbedingt das, was ich mir für meinen weiteren Lebensweg vorstelle. Und war irgendwie diese agile Beratungsbranche, Schnelllebigkeit, Dynamik, das war das, was mich einfach extremst fasziniert und begeistert hat. Und die Ur-BDO am Ende des Tages, also meine damalige Freundin, heutige Frau, hat bei der BDO gearbeitet. Da habe ich dieses Wort Wirtschaftsprüfung zum ersten Mal in meinem Leben gehört. Einer der Kernfokuser damals vor knapp elf, zwölf Jahren bei der BDO und eben der Steuerberatung. Und bin da auf ein Sommerevent als quasi plus eins von meiner Freundin mitgenommen worden. Ich habe dann meinen ersten Partner, für den ich dann gearbeitet habe, kennengelernt und habe dann eigentlich gemerkt, was diese BDO ausmacht. Und die BDO macht eigentlich aus, gerade diese agile Dynamik, Schnelllebigkeit, respektvoller Umgang, spannende Projekte, total verankert im gehobenen Mittelstand in Österreich. Und das war etwas, was mich dann eigentlich dazu bewogen hat, nach dem Studium bei der BDO dann in einer Fixanstellung zu starten. Wobei man schon sagen muss, dass ich die ersten zwei Jahre eigentlich mit M&E überhaupt nichts zu tun hatte. Ich war da ganz klassisch in der Wirtschaftsprüfung eingesetzt. Und habe aber relativ schnell festgestellt, dass mich da andere Themen in der Finance-Welt mehr bewegen. Und in Wirklichkeit hat die BDO mir dann die Möglichkeit gegeben, dass ich mich da in dem M&E und Transaction-Services entfalten darf. Und da bin ich auch extrem dankbar dafür und eigentlich in den letzten elf Jahren dann überwiegend mit Transaktionsnimmern beschäftigt und M&E-Prozessen. Und dann eben auch letztes Jahr die Partnerschaft im Deal etwas für Angeboten bekommen habe, was natürlich eine wahnsinnige Ehre war. Und mich total freut, dass ich Teil der BDO-Welt bin. Ja, super. Vielen Dank euch beiden für den kurzen Abriss eurer Vita. Ihr habt beide in ein, zwei Sätzen schon angesprochen, dass die Stellung von BDO in Österreich aus deutscher Perspektive heraus etwas überraschend, nenne ich es mal in Anführungszeichen, ist. Weil sie eben eine sehr hohe Relevanz hat. Ich habe das selbst festgestellt, als ich bei euch zu Gast war. Allein das Büro in Wien, das hat schon eine gewisse Schlagkraft und eine gewisse Imposanz, wenn man da hineinkommt. Lass uns ein bisschen darüber sprechen. Woher kommt das Wachstum von BDO in Österreich? Und woher kommt es eurer Meinung nach, dass BDO sich da so ein Standing erarbeiten konnte in den letzten Jahren? Also ich glaube, der Christoph hat ja schon zwei KPIs genannt, an denen man es ein bisschen manifestieren kann. Vor elf, zwölf Jahren waren wir rund 200 Mitarbeiter, BDO österreichweit. Heute sind wir über 1200 Mitarbeiter, haben ein wirklich signifikantes Wachstum hingelegt. Und man muss schon sagen, dass wir vor zehn, zwölf Jahren eigentlich als Wirtschaftsprüfer und Steuerberatungsgesellschaft wahrgenommen worden sind am Markt. Wenn man sich heute die BDO anschaut, bezeichnen wir uns eigentlich als Prüf- und Beratungsunternehmen und haben insbesondere diese ganze Beratungsast signifikant ausgebaut. Das ist jetzt nicht nur im Corporate Finance und im M&E, sondern das geht eigentlich über unterschiedlichste Disziplinen. Wir sind vom Healthcare-Consulting, Industrie-Consulting bis hin zu großen Apparaten, Peoples und Organisation-Themen, die sich mit HR-Consulting beschäftigen. Healthcare-Consulting, wo wir im Healthcare-Sektor eigentlich europaweit unterwegs sind und uns eigentlich da als Beratungsunternehmen am österreichischen Markt etabliert haben. Das Ganze auch strategisch bewusst mit Industrie-Experten aufgestockt haben in den letzten Jahren. Also wir haben Ärzte bei uns an Bord, wir haben Software-Entwickler bei uns an Bord, Ingenieure, um hier natürlich auch in unserer Welt, in der M&E-Welt, natürlich signifikante Synergien und einfach Know-how mitzunehmen. Und das waren einfach wirklich strategische Entscheidungen in den letzten Jahren, die die BDO getroffen hat. Und ich glaube, was die BDO auszeichnet und auch relevant für das Wachstum ist, neben dieser strategischen Entscheidung, dass wir eigentlich eine ziemlich klare Linie fahren. Wir stehen für Mittelstand in Österreich, das ist die Sprache, die wir sprechen, das ist unser Kundenstock und eigentlich diese Hands-on-Mentalität, die wir leben, Schnelligkeit, One Face to the Customer. Vor allem One Face to the Customer ist für uns ein ganz wesentlicher Punkt, wo wir sagen, ein Kunde bei uns hat einen, salopp gesagt, Berater, Kundenbetreuer und der organisiert im Hintergrund sämtliche Themen. Das heißt, man wird in der BDO nicht durch die Fachabteilungen geschickt, durch Steuer, Payroll, HR, Transaction, sondern dass wir wirklich diese One Face to the Customer-Mentalität leben. Und das merken wir gerade im Mittelstand, dass es bei unseren Kunden extremst gut ankommt. Und das, glaube ich, sind so ein paar Key Facts, warum die BDO in den letzten Jahren viel richtig gemacht hat und diese signifikante Wachstum auch glücklicherweise und sehr verdient hingelegt hat. Ich nehme an, aber die Kollegen von PwC oder KPMG, die Leute EY in Österreich, die werden es ja vermutlich nicht anders machen. Zumindest auf der Ebene der Industrieexperten werden die sich auch sektoral aufstellen. Ob die immer One Face to the Customer sind, ich glaube, darin kann schon ein bisschen der Schlüssel liegen. Aber was differenziert euch dann wirklich so stark, dass ihr so stark wachsen könnt und die anderen mit eurem Wachstum quasi überholen könnt? Also ich glaube auch, was ein großer Vorteil ist, ist im Grunde, die BDO hier in Österreich gehört auch den österreichischen Partnern. Also Tobi ist ein Teil der Eigentümer somit. Das heißt, man kann wirklich auf die Gegebenheiten des einzelnen Marktes unterschiedlich eingehen. Der Markt hier dikt anders als in Skandinavien, als in den USA. Und genau so wird der Fokus auch gelegt, der BDO. Und ich glaube, unsere große Stärke ist, dass wir sehr viele starke, vertrauenswürdige Kundenbeziehungen haben aus anderen Service Lines. Und bei uns doch ein Umdenken stattgefunden hat, dass die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, aber auch Corporate Finance Leuten wirklich gut gelebt wird. Und wir sehen uns doch als eine Art, oder das ist das Ziel, das noch weiter zu verstärken in Wahrheit, einen Marktplatz für unsere Kunden zu bieten, wo einfach was los ist. Das heißt, mit Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, das sind jetzt nicht die sexy Themen, sage ich einmal, mit denen ich Kunden sofort hervorlocke. Sondern wenn ich sage, pass auf, rundherum, es gibt ein Ökosystem, wir vernetzen dich mit anderen Kunden, die vielleicht für dich spannend sind. Als Kunde, als Lieferant selber, als Unternehmer, als Investor, als was auch immer, Türöffner Richtung neuen Märkten. Und das ist so ein bisschen das Selbstverständnis, das wir haben, das auch wahrgenommen wird vom Markt, weil man sagt, es ist doch ein bisschen mehr gelebtes Unternehmertum da unter den Mitarbeitenden. Am Ende sind es immer die Personen trotzdem, ist klar, aber das Mindset zumindest ist einmal gelegt. Und auch die Möglichkeit, dass man sich im neuen Geschäftsbereich, also auch wie wir, bei uns war es nichts anderes, das M&E durften wir federführend mit aufbauen. Einfach die Möglichkeit geboten wird, Geschäftsfelder, wo man einen Bedarf des Kunden sieht, voranzutreiben. Ich glaube, ein ganz wichtiger Slogan ist, und das hast du ja auch Christoph gesagt, ist dieses, wie wir in der BDO leben, Unternehmertum im Unternehmen. Und das kann man natürlich salopp einfach schnell von sich behaupten, aber das ist etwas, was ich eigentlich in den letzten zehn Jahren in der BDO ganz stark vernommen habe, dass viel Platz gibt für Ideen, dass junge Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich überall einbringen können, Ideen umsetzen können und dass wir da keine Struktur haben, wo wir langarmig sind und lange brauchen, sondern dass wir wirklich relativ schnell ins Doing kommen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Stärke, die wir da im Haus haben. Seht ihr strukturell Unterschiede zur deutschen BDO-Organisation? Also im Grunde muss man schon sagen, die Märkte sind ja unterschiedlich groß, deshalb muss man sich unterschiedlich bedienen. Wir spüren auch bei den deutschen Kollegen, normalerweise hat man immer Faktor 1 zu 10, das ist nicht ganz gegeben in dem Fall, weil wir extrem exorbitant schnell gewachsen sind, aber wir spüren auch in Deutschland, dass sich das sehr, sehr viel tut, dass das auch extrem viele neue Geschäftsfelder sind, die man entwickelt, was wir dort uns ja auch abschauen oder mit austauschen. Wir sind das eng vernetzt in der M&E-Gruppe sowieso, das ist ganz global, die Dachgruppe auch ganz eng, stimmen wir uns aus, welche Deals tun sich, was sind Marktgegebenheiten, aber da spürt man schon, dass es Sektorexpertise gibt. Dafür ist Österreich eine Spur zu klein, also wir haben jetzt nicht einen Fokus auf gewisse Sektoren. In Deutschland sehr wohl, Automotive tut sich viel, softwaremäßig hat man eine Gruppe, das heißt, diese Expertise gibt es dort, die ist dort aufgestellt und eine Differenzierung ist wahrscheinlich auch der Legal-Bereich, den die deutschen Kollegen mithaben. In Österreich haben wir uns bewusst dagegen entschieden, weil wir mit verschiedensten Rechtsanwälten auch zusammenarbeiten, auch nicht jeder Rechtsanwalt für jede Art der Transaktion, die wir begleiten, passt. Von der Größenordnung her auch Abstufungen gibt, also das ist sicher ein Unterschied zu Deutschland, aber ich glaube dadurch, dass wir einen regen Austausch haben und auch hier die Offenheit haben, über Transaktionen uns auszutauschen, zeigt das auch gewisse Erfolge. Also so werden Investoren genannt aus Deutschland her, wo es gute Erfahrungen gegeben hat, wenn wir ein Target haben. Also ich glaube, dass die deutschen Kollegen natürlich, strukturell sind wir so aufgestellt, dass wir in Österreich in nahezu jedem Bundesland vertreten sind. Das heißt, wir sind auch sehr regional überall dran. In Deutschland ist man eher in den größeren Hubs vertreten sozusagen, also sicher auch eine kleine Unterscheidung. Aber wir spüren da durchaus, dass sich in beiden Ländern extrem viel tut Richtung Wachstum. Also ich sage mal, das ganze Deal der Zweifel Corporate Finance, wie wir es früher genannt haben, kann man sagen, in Österreich ungefähr 150 Mitarbeiter plus minus. Und Kollegen, die sich überwiegend mit M&D-Themen, also wirklich rein M&D-Themen beschäftigen, da nehme ich jetzt die ganzen Abteilungen, Restructuring, Valuation und so weiter mal raus, sind wir etwas über 20 Mitarbeiter. Aber das ist schon eine sehr, sehr schlagkräftige Organisation. Also wenn ich mir das mal anschaue in Deutschland, da gibt es, also natürlich gibt es einige M&A-Boutiquen, die 20 oder mehr Mitarbeiter haben, aber dann dennoch gar nicht so viele. Also das ist dann schon eher die obere Spitze vom Eisberg, wenn man reine M&A-Teams hat, ohne eben andere Corporate Finance-Disziplinen von 20 oder mehr Mitarbeitern. Das ist schon eine ordentliche Schlagkraft. In einem normalen Jahr, wie viele Transaktionen begleitet ihr? M&E-seitig sind wir bei rund 15 bis 20 unterwegs, die wir begleiten. Due Diligence-seitig? Und Due Diligence-seitig sind es 60 plus. Mit einem großen, mit einem wirklichen großen Anteil mit Cross-Border-Themen. Also ich würde sagen, 70 Prozent der Transaktionen, die wir da begleiten, jetzt wenn wir aus der Due Diligence-Sicht sehen, sind wirklich Cross-Border-Transaktionen. Bei den, gut, das wird vermutlich M&A-seitig weniger relevant sein und eher bei den Strategiekollegen, aber die Themen digitale Transformation, Digitalisierung der Prozesse, Implementierung von KI, aber auch von ESG in den Prozessen der Mandanten. Spielt das gerade eine große Rolle für eure Kunden? Vielleicht, Christoph, nehme ich kurz das ESG raus und dann kannst du zu den anderen Themen kurz antworten. Also ESG, Riesenthema. Das ist ja sowieso in aller Munde, ich glaube auch in vielen Podcasts schon in den Vorwochen bei dir, eine ganze Nachhaltigkeitsberichterstattung etc. Das ist ein Riesenthema und was wir auch merken, eigentlich in den letzten eineinhalb Jahren, dass vermehrt ESG Due Diligences im Rahmen von Transaktionen nachgefragt werden. Das hat sicherlich auch einen Grund, dass natürlich, wenn ich Transaktionen fremdfinanziert, fremdfinanziert am Ende des Tages, dass natürlich Banken auch im Scoring-Modell jetzt ESG-Kriterien integrieren und dementsprechend auch aktiv danach fragen. Und das ist auch eigentlich der Grund gewesen, warum sich die BDO vor etlichen Jahren strategisch dafür entschieden hat, dass wir ein eigenes ESG-Team aufbauen, da auch was in die Mitarbeiter investieren und dieses ESG-Team dann eigentlich in den unterschiedlichsten Fachdisziplinen und dann eben natürlich auch bei uns in den Transaktionen, in den Due Diligences, dann eben integriert werden. Und das ist also eine Riesendynamik. Man merkt es ja auch, dass eigentlich fast jede Konkurrenz auf dem Thema aufgesprungen ist, dass auch neue Beratungshäuser sich etablieren mit dem Thema. Also von dem eine Riesendynamik im Markt hinter ESG. Dann hake ich vielleicht noch bei KI und Digitalisierung mit ein. Natürlich beschäftigen wir uns auch, wie alle großen Prüf- und Beratungsunternehmen mit KI, haben da auch eine eigene Gruppe für die BDO Global, die da führend tätig ist, mit einem der größeren Anbieter, um das eben auf unsere Bedürfnisse zu adaptieren. Die breite Ausrollung ist noch nicht erfolgt. Wir haben es bei uns auch schon implementiert. Natürlich testet man gewisse Tools mal mit aus und schaut, was da rauskommt. Und am Ende ist es doch so, dass wir effizient arbeiten müssen und uns dem Thema nicht verschließen können. Am Ende sind wir ein Beratungsunternehmen und der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt. Der möchte auch, dass die Prozesse effizient laufen. Es sind aber auch alle Gefahren, die da mit der künstlichen Intelligenz mitkommen. Also man kann ja Markt-Researches reinklopfen und dann kommen schon tolle Sachen raus, inklusive Quellcodes, wo überhaupt die Ressourcen sind. Also da wird sich sicher viel tun. Das wird sehr spannend sein, auch in unserem Geschäftsfeld. Uns ist auch klar, wenn wir uns multiplizieren wollen, können wir nicht rein auf Stundenverkaufen ausgehen. Der Tag ist limitiert irgendwo. Das heißt, die Effizienz muss auch gesteigert werden. Und darum nutzen wir auch, wie eben eure Plattformen, testen wir verschiedenste Plattformen mit aus, weil wir da einfach am Puls der Zeit sein wollen und eben den größtmöglichen Kundennutzen am Ende mitgeben möchten. Und was wir schon spüren, ist, dass der Kunde kommt zu uns schon immer informierter. Das heißt, er hat ja selber auch diese Tools, viele davon. Das heißt, der ruft ja schon ab und der startet ja ganz woanders. Der weiß schon, welche Transaktion in seiner Branche stattgefunden hat, vielleicht zu welchem Kaufpreis. Also die Vorinformation und die Verdichtung der erlangbaren Infos für unsere Kunden ist ja da. Das wieder von Generation zu Generation wachsen die Unternehmer ja auch damit auf. Und darum ist es auch für uns eine spannende Frage, wo wir uns hintransformieren. Und wir sehen uns da schon stark als der Sparring-Partner, der dann hilft, diese Information jetzt wirklich zu interpretieren, die richtigen Rückschlüsse zu ziehen und das entsprechend dann auch gemeinsam mit dem Kunden umzusetzen. Lass uns ein bisschen über den M&A-Markt in Österreich sprechen und die Besonderheiten vom Markt. Wir haben das im Titel ja schon so ein bisschen ketzerisch mit aufgenommen. Das ist doch aus deutscher Perspektive mit all den Vorurteilen, die man da mitbringt, ein etwas spezieller Markt ist in Bezug auf das Alter vielleicht mancher Teilnehmer, aber auch vor allen Dingen, wenn man das mal nochmal mit allen Vorurteilen, die man so einbringen kann oder darf. In Deutschland spricht man oft vom Kölschchen Klüngel. In Österreich dann glaube ich eher vom Filz, der sich vielleicht ein bisschen durchzieht aus der Außenperspektive. Ist das wirklich so? Und wie tickt der M&A-Markt in Österreich? Du hast ja schon kurz... Ihr kriegt beide, also vielleicht ist ein paar Vorurteilen sogar ein bisschen was dran. Du sprichst ja auch an den Titel der heutigen Veranstaltung an. Ich glaube, ich habe ja auch gesehen, dass du im Vorfeld schon ein bisschen, wie soll ich sagen, darüber sich unterhalten wurde und nachgefragt worden ist, wie dieser Titel zustande kommt. Vielleicht das ganz kurz zur Auflösung. Also den Titel haben wir nicht selbst erfunden. Der Titel kommt aus einer deutschen Zeitschrift im Zusammenhang mit einer sehr brisanten, österreichischen Immobilienplatte, die natürlich in Deutschland genauso medial für Schlagzeilen sorgt. Nicht nur in Österreich, also quasi weit über die Grenzen hinaus. Und in diesem Artikel vom Deutschen Zeitschrift haben sich immer österreichische Industrielle selbst den Namen GR3-Club gegeben, wobei man da schon erwähnen muss, dass die Industrien natürlich einen wesentlichen Beitrag für den österreichischen Wirtschaftsstandard in den letzten Jahren gemacht haben und beigetragen haben und der Titel eigentlich provokant gewählt worden ist. Und um das vorwegzunehmen, eigentlich sehen wir das überhaupt nicht so, den österreichischen Markt. Wir sehen den österreichischen Markt in den letzten Jahren deutlich professionalisiert und von dem her eigentlich ein provokanter Slogan, den wir aber eigentlich da wegwischen können. Ich glaube auch, ich möchte auch einhaken und die Wahrheit trägt ja auch ihr dazu bei, dass das viel transparenter wird mittlerweile, weil ja auch kleinere Berater auf einmal die Möglichkeit haben, die vielleicht kein internationales Netzwerk haben oder die Zugänge zu gewissen Investorengruppen, über gewisse Plattformen dann auch Deals zu platzieren. Das zeigt ja schon eine gewisse Transparenz, Offenheit natürlich, die da entsteht, weil am Ende möchte jeder ja den größtmöglichen Kaufpreis für sein Unternehmen lukrieren oder den besten Partner finden. Und ich glaube, alleine dadurch entsteht da schon eine Öffnung, die nicht nur verdeckt oder das Mauscheln, wie man in Österreich schön sagt, oder eine Hinterzimmerveranstaltung vielleicht von gewissen Transaktionen. Das sehen wir nicht, sehen auch unsere Rolle ja auch da drinnen, dass wir da entsprechend Aufklärung auch leisten und auch den Unternehmer darauf hinweisen, welche Investorengruppen es überhaupt gibt, um zu schauen, was für seinen Anlass überhaupt der geeignete Investor auch ist. Was aber trotzdem natürlich wichtig ist, in Österreich auch ein gewisses Netzwerk aufzubauen und die Community zu kennen. Weil es gibt extrem viele Finanzinvestoren, die man in Österreich nicht kennt, die vielleicht in Deutschland eine gewisse Größe haben. Das heißt, man muss trotzdem hier mit der Community sprechen. Die ist eh überschaubar, sage ich einmal, verglichen mit Deutschland. Aber trotzdem sollte man hier eben schauen, dass man da ganz gut verankert ist. Und der österreichische Markt ist halt doch oft sehr lokal strukturiert. Das heißt, es gibt nicht immer die großen strukturierten Prozesse, das ist auch etwas, was wir derzeit sehen, dass das ein bisschen zurückgeht. Was wir aber stark sehen, sind eben proprietär zugetragene Themen. Das heißt, Eins-zu-Eins-Situationen sehen wir sehr stark. Und was wir schon glauben, ist, dass vor allem die österreichischen Unternehmen, die wir auch kennen, sehr spannende Opportunities für Add-ons bei Bildstrategien darstellen. Und gerade die Fonds, die da irgendwo Equity-Tickets zwischen, sage ich einmal, irgendwo 5 bis 50 Millionen platzieren wollen, sehr spannend sind. Für die, die darüber hinausgehen, geht es dann schon eng mit Targets. Natürlich haben wir viele Industrien, wo wir auch Marktführer sind. Da sind wir auch sehr stolz drauf in Österreich. Also nicht nur die Energy-Drinks, sondern wir sind ja da auch im Industriebereich, Automotive und Bahn-Zulieferer zum Beispiel. Oder im Packaging, wirklich haben wir Weltmarktführer in Österreich, ein Unternehmen hier. Aber wir sehen schon eher, dass eben wahrscheinlich eher für größere Fonds, bei einem Bild hier ein sehr spannender Markt ist und weniger der Plattform-Investment-Markt. Das glaube ich, glaube ich absolut. Und dennoch gibt es in Deutschland, das habe ich von vielen PE-Fonds gehört, schon ein gängiges Vorurteil oder zumindest die Sorge, dass ungern in kleinere oder mittelständische Unternehmen in Österreich hinein investiert wird, weil es vielleicht doch hohe Abhängigkeiten natürlich von den Inhabern gibt. Die gibt es in Deutschland ganz genauso. Aber trotzdem die Sorge, dass Österreich ein Closed-Shop ist, wo man aus Deutschland vielleicht dann doch schwer hereinkommt oder man vielleicht nicht die Transparenz aus Investoren-Sicht herausbekommt, die man sich vorstellt, die man so wünscht. Also nochmal, damit gehen sehr, sehr viele Vorurteile einher. Aber gerade wenn man sagt, man muss eh tendenziell eher bei kleineren Unternehmen investieren, einfach schlichtweg, weil es Targets über 50 Millionen EV gar nicht so häufig gibt, dass das trifft, das sind für viele Investoren doch eher abschreckend oder führt eben zu einer Zurückhaltung. Ich glaube, was da wirklich eine ganz wesentliche Rolle von uns als BDO ist, ist, da treffen natürlich Welten aufeinander. Also wir hatten letztes Jahr eine Transaktion, dass immer käuferseitig aufgestellt wird von einem UK-Fonds, der in ein mittelständisches Unternehmen in Tirol investiert hat. Und das war ja quasi Bayern-Pilz-Strategie. Von dem her war natürlich auch das kein professioneller Prozess. Das Tiroler Unternehmen ist da von seinem Steuerberater, der wahrscheinlich wenig M&E-affin war, begleitet worden. Und da verstehen wir unsere Rolle als BDO, auch irgendwie als Mittelsmann und Versteher und Aufklärer, um solche Transaktionen überhaupt am Ende des Tages erfolgreich durchführen zu lassen. Weil wenn da der UK-Fonds auf ein Unternehmen mit 15 Millionen Euro in Tirol trifft, das hat mal Erklärungsbedarf. Und das ist, glaube ich, genau die Rolle, die wir auch gerne einnehmen, weil wir verstehen den Mittelstand, wir sprechen dieselbe Sprache, wir wissen genau, wie die ticken und wir transportieren das am Ende des Tages auch aktiv an unseren Kunden, vor allem wenn es Private Equity-Fonds sind, die da andere Schnelligkeiten, andere Datenqualitäten etc. gewohnt sind, damit so eine Transaktion auch wirklich am Ende des Tages erfolgreich sein kann und nichts sich dann in den ersten Wochen verliert, weil de facto Frustration herrscht, die Daten sind nicht vorbereitet, die Struktur ist schlecht usw. Und das ist genau das Thema. Aber klar, das ist natürlich genau eure Rolle, dann die Unternehmen darauf vorzubereiten und genau dieses Clearing auch der Erwartungshaltungen dann zu betreiben, auf Investorenseite vielleicht Sorgen zu nehmen und unternehmenseitig die Unternehmen genau darauf vorzubereiten, dass diese Vorurteile ins Leere laufen oder eben sehr, sehr schnell entkräftigt werden können und Vorurteile und Sorgen dann genommen werden können. Wie groß ist denn überhaupt die PE-Szene in Österreich? Wir hatten letzte Woche die gigantisch große PE-Szene in Schweden, gegen die der deutsche PE-Markt sehr, sehr mickrig aussah. So, jetzt habt ihr gerade vom großen deutschen PE-Markt gesprochen. Wie tickt der österreichische Private-Equity-Markt? Also ich würde sagen, in Österreich haben wir sicher eineinhalb Hände gut voll sehr professionell agierende Private-Equities tätig. Wir sind auch stark verankert in Wahrheit als BDO bei Privatstiftungen, Family Offices, also diese Szene schildt auch immer mehr Richtung, ich sage jetzt Asset-Klasse Private-Equity hin, weil Immobilien nicht mehr so attraktiv sind. Also jetzt spüren wir auch dort eine Öffnung, dass viel Kapital auf einmal frei wird für Unternehmensbeteiligungen. Und auch diese Fonds, die wir in Österreich haben, gibt es teilweise schon länger, sind extrem professionell unterwegs und schielen teilweise auch schon Richtung Deutschland und haben dort auch schon erste Transaktionen getätigt. Das heißt, auch deren Stellenwert professionalisiert sich immer mehr und auch vom eingesammelten Fondsvolumen, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Allerdings, da sind wir wieder bei dem, wir sind jetzt nicht bei zwei vollen Händen, sondern, sage ich mal, eineinhalb Hände voll, aber sehr professionell unterwegs und natürlich auch Player, die wir auch gerne mit deutschen Fonds zusammenspannen, wenn es größere Tickets gibt zum Beispiel, die zu machen sind. Absolut, so nehmen wir es auch wahr. Und es gibt in der Tat ein paar Player, die auch sehr, sehr intensiv mit uns zusammenarbeiten, die für viele deutsche M&A-Berater, glaube ich, weitestgehend unbekannt sind, die aber trotzdem wahnsinnig aktiv sind und jedes Jahr eine oder auch zwei Handvoll Transaktionen erfolgreich abschließen und dabei auch sehr, sehr schnell agieren, sehr, sehr abschlussorientiert agieren. Und genau, ich glaube, Transparenzschaffung in beide Richtungen ist da hilfreich. Also sowohl deutsche Investoren Richtung Österreich oder eben auch deutsche Investoren, österreichische Investoren, Family Offices dann für deutsche Targets. Vielleicht noch eine Sache zum Einhaken. Also was wir auch wahrnehmen ist, dass quasi die Private Equity Fonds jetzt von der Unternehmerseite in den letzten Jahren positiver wahrgenommen worden sind. Also wir haben schon noch immer natürlich, gerade im Mittelstand, wenn ein Stratege einklopft, da hat man relativ schnell die Berührungsängste abgedrückt, man kennt sich einander unter Anführungszeichen, man weiß, was die machen und bei Private Equity Fonds natürlich immer etwas mitschwingt. Wobei wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass auch der österreichische Mittelstand sich dem weiter geöffnet hat und auch natürlich aufgrund demografischem Wandel der nächsten Generation möchte ich übernehmen, Nachfolgethemen sich einfach diesem Thema deutlich geöffnet hat. Und das ist, glaube ich, eine wirklich positive Entwicklung auch in Österreich, dass man da Private Equity Fonds nicht mehr, sagen wir mal, jetzt verschrieben sind, sondern denen auch Unternehmerfamilien sehr offen gegenüberstehen. Gab es dafür wesentliche Treiber dafür, dass die Offenheit größer geworden ist? Also meine Wahrnehmung ist, glaube ich, dass auch wahrscheinlich die Beratungsunternehmen mit Schuld sind. Weil natürlich, wenn oftmals ja der erste Türöffner, ein Stratege, klopft bei einem anderen Strategen an und dann beschäftigt sich die Unternehmerfamilie zum ersten Mal überhaupt mit dem Thema Verkauf. Und wenn dann natürlich ein Berater ins Spiel kommt, wird mal offengelegt, da gibt es aber noch viele andere Player am Markt, die man sich anschauen sollte und Empfehlungen dahin, um auch natürlich ein bisschen Marktsounding, Markttests, Kaufpreiserwartungen etc. ein bisschen zu testen. und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sicherlich auch beraterseitig getrieben worden ist. Und ein zweiter Punkt vielleicht noch, dass sich ja auch die Fonds professioneller in den einzelnen Industrien aufgestellt haben. Das heißt, sie sprechen da ja oft die Sprache auch vom Unternehmer. Man ist jetzt nicht der reine Finanzinvestor, sondern hat da schon gewisse Industrieerfahrung auch mit an Bord. Und das ist sicher auch ein Riesenvorteil, wenn man da das erste Mal in Berührung kommt. In den letzten Folgen haben wir sehr häufig über den deutschen Markt gesprochen und ich glaube, damit spreche ich fast allen Zuhörern aus der Seele, wie wahnsinnig zäh der Markt im Moment weiterhin ist und dass sich so viele Transaktionen wie Kaugummi ziehen, bis sie irgendwann abgeschlossen werden. Wie tickt der österreichische Markt? Ähnlich. Beruhigend, aber andererseits auch schade. Also ich glaube, Christoph, wenn wir an unsere bestimmte Mandate denken, also ich glaube, es ist, gut, nach Covid ist natürlich mal alles eingebrochen. Da ist der M&D-Markt massiv runtergegangen. Derzeit, die Stimmungslage sehen wir ja positiv, derzeit. Wobei man auch sagen muss, dass wir mehrere Mandate jetzt leider haben im Sektor Distress M&D, ehrlicherweise. Aber die Prozesse sind komplizierter geworden, länger geworden. Und was wir auch wahrnehmen, ist natürlich auch, weil die Multiples im letzten Jahr etwas unter Druck gekommen sind und auch rückläufig waren, dass natürlich die Wahrnehmungen zwischen Käufe und Verkäufe für Kaufpreis-Thematiken natürlich jetzt auch ein schwerter Punkt eigentlich ist. Und ich glaube, da gibt es viele Faktoren, die da eigentlich derzeit dazu führen, wo Prozesse begonnen werden, dann sich in die Länge ziehen, abgebrochen werden, überlegt werden, ob man später startet. Und das ist etwas, was wir auch miterleben, wobei ich glaube, das Stimmungsbild in Summe sich gegenüber dem Vorjahr deutlich gebessert hat. Also was ich auch glaube, ist im Grunde, wir sehen ja nach wie vor, es ist extrem viel Geld am Markt. Wir haben extrem viele Gespräche mit Investorengruppen, die händeringend nach Target suchen. Also es ist ja eher das Problem, dass wirklich zu wenig Targets jetzt da am Markt sind, wo wir aber schon spüren, dass hohe Gesprächsbereitschaft bei den Unternehmern besteht. Das heißt, in Wahrheit sehen wir sehr viele 1-zu-1-Situationen, das ist ja auch recht neu wieder, dass die amerikanischen Unternehmen direkt Briefe schreiben an gewisse Targets, die sie sich da in Österreich anschauen wollen. Also das kommt jetzt wieder stärker auf. Und auch wir bei den letzten Beimann-Daten haben gespürt, sonst war immer so eine Hitrate, wenn ich gesagt habe, okay, 10 bis 15 Prozent, der angeschriebenen Unternehmer sind bereit, einmal an einem unverbindlichen Erstgespräch teilzunehmen, hatten wir bei den letzten Beiseit-Mandaten 30 bis 40 Prozent positive Resonanz von den Unternehmern. Weil die Unternehmer einfach keinen Lust mehr haben? Genau. Zwei Dinge in Wahrheit. Einmal diese ganzen globalen Verwerfungen, die da sind. Jetzt sage ich, ich habe die Pandemie durchgemacht, ich habe die Energiekosten, ich habe die Personalkosten, die steigen. Ukraine, es sind so viele Faktoren auf einmal, wo Unternehmer merken, das ist alleine schwierig und jetzt habe ich viel gestemmt. Jetzt wäre es nicht schlecht, einen Teil vielleicht einmal ins Trockene zu bringen, einen Partner mitzuhaben, der mich stabilisiert. Mit den Banken ist es auch nicht so einfach, vielleicht wieder gewisse Kreditrahmen zu erhöhen oder zu verlängern. Und umgekehrt das zweite Thema, sicher Nachfolge, ein starkes Thema und wo die nächste Generation dann oftmals schon ganz was anderes machen möchte. Das sehen wir auch sehr oft. Also die zwei Faktoren schlagen durch und das sollte eigentlich ein bisschen ermutigen, dass man wirklich sich überlegt, in welcher Branche, welche Unternehmen gefallen mir vielleicht in Österreich und dann gezielt dort auf die Unternehmen auch zugeht. Das ist etwas, was wir als BDO häufig machen, wo wir sehr geübt sind, wo wir auch mit der Brand sehr gut durchkommen, klarerweise einmal, um einmal auszuloten, ob es überhaupt Interesse am Erstgespräch gibt. Aber 30, 40 Prozent Erstterminquote ist natürlich schon brutal und bitte ich ein Zeichen dafür, wie sehr die letzten Jahre an den Nerven der Unternehmer gezerrt haben. Weil das Thema Nachfolge, ja, das ist natürlich ein ganz virulenter Treiber und das sehen wir in Deutschland natürlich ebenso. Jedes Jahr, wie sagt das immer, ich wiederhole es gerne, gebetsmythenalig, gebetsmythenalig, jedes Jahr im sechsstelligen Bereich Unternehmensnachfolgen, die zu regeln sind. Auch in Österreich habe ich Statistiken gelesen, wo das auch im mittleren fünfstelligen Bereich jedes Jahr einfach altersbedingte Nachfolgen sind. Das ist natürlich ein starker Treiber, der auch Jahr für Jahr mehr zunimmt, der aber ja kein Grund dafür ist, warum die Quote von 10, 15 Prozent auf 30, 40 Prozent hochgeht, sondern das sind dann in der Tat eher die ganzen Krisen, die uns seit Jahren so beschäftigen. Würdest du dir sagen, in Österreich spielt es noch eine zusätzliche Rolle, dass gerade der osteuropäische Markt für euch auch eine große Rolle spielt? Man sagt oft, Österreich ist das Tor zu Osteuropa, auch wenn es um M&A geht. Hat die Ukraine-Krise, der Krieg dort noch einen größeren Einfluss, vielleicht auf euren Markt oder auf die österreichischen Unternehmer, als wir das vielleicht in Deutschland sehen? Würdet ihr das einordnen? Also was wir schon gesehen haben von den Restriktionen, Sanktionslisten, also sehr viele österreichische Unternehmen sind ja in den Osten ausgeströmt, gleich einmal. Wien ist ja das Tor Richtung Osten. Auch in Russland extrem viele österreichische Player unterwegs, die dann ja teilweise verkaufen, geschlossen, sonst etwas haben. Das ist natürlich mit dem ganzen Ukraine-Konflikt äußerst tragisch, was da alles abgeht. Und was wir schon haben, ist historisch bedingt, ist ja Österreich auch mit Ländern wie Slowenien, Serbien, Ungarn, Kroatien, wir sind ja da eng verwoben und viele österreichische Unternehmen haben auch dort ihre Niederlassungen. und wir von Österreich aus koordinieren auch die Osteuroparegion für die BDO und haben hier einen ganz guten Einblick auch auf die jeweiligen Länder und machen sehr viele grenzüberschreitende Themen, die wir mit begleiten. Es ist auch, wenn man österreichische Unternehmen anschaut, oftmals gibt es dann in Rumänien, in Slowenien sonst wo eine Zweigniederlassung. Das heißt, da ist auch relevant, dass man da gut aufgestellt ist und das aus einer Hand anbieten kann. Und hier funktioniert der Austausch mit den Kollegen wirklich sehr, sehr gut und top, also gibt es auch immer wieder Konferenzen, wo wir uns wechselseitig austauschen, auch über die Marktgegebenheiten jeweils und umgekehrt auch sehr spannende Investorengruppen aus Osteuropa, die genauso Richtung Mitteleuropa, ja, Osteuropa Richtung Mitteleuropa schielen und darum für uns ein sehr, sehr spannender Markt auch. Du, wie hast du du nickst, ist das ein Markt, den ihr versucht aktiv mit bei euch einfließen zu lassen? Also, dass ihr quasi eine Art Gatekeeper seid für auch die BDO-Kollegen aus Osteuropa Richtung Deutschland und noch weiter? Ja, also wir sind da, wie der Christoph gesagt hat, im Netzwerk ganz stark verhaftet und haben auch eben die C-Koordination inne und dementsprechend Transaktionen, die vor allem Cross-Border aus Osteuropa kommen, ist BDO Österreich in einer Vielzahl von Transaktionen involviert und nimmt da eine koordinative, sagen wir mal, Rolle ein und ich habe schmunzeln müssen, weil wir gerade eben eigentlich in diesem Monat eine größere Transaktion aus Österreich heraus in Osteuropa gesteuert haben, Slowakei und Rumänien und das sind Themen, die uns natürlich täglich beschäftigen und einen regen Austausch haben. Gleichzeitig muss ich sagen, wenn wir es jetzt prozentuell der Gesamtdeals anschauen, die wir aus Österreich steuern, ist Deutschland die klare Nummer 1. Das ist mit Abstand der größte Austausch im M&D-Markt zwischen Österreich und Deutschland, dann wahrscheinlich Osteuropa, aber von dem her Deutschland klare Nummer 1. Wenn ihr nochmal auf die Multiples eingehen könnt, ich habe gerade gesprochen davon, dass die Multiples ein Stück runtergegangen sind, der Markt bei euch ähnlich zäh ist wie hier in Deutschland, aber gleichermaßen viele Unternehmer offen sind für einen Verkauf, könnt ihr ein Gefühl geben, wie viel die Multiples runtergegangen sind? Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, natürlich jetzt sehr branchenabhängig, weil man sich zum Beispiel E-Converse anschaut, das ist jetzt glaube ich kein großes Geheimnis, dass der Markt ziemlich zu erliegen gekommen ist, wenn man sich dann wiederum Branchen anschaut wie Software IT, wo wir wirklich eine Vielzahl an Anfragen haben, eigentlich wo Targets in Österreich gesucht werden, die wir gar nicht anbieten können, so fair muss man auch sein, die Nachfrage höher als das Angebot, da werden natürlich deutlich bessere Multiples gezogen, also deswegen ist es glaube ich schon sehr, sehr branchenabhängig, aber aus dem Bauch heraus hätte ich gesagt, wahrscheinlich irgendwo 10 bis 20 Prozent, aber sehr branchenabhängig. Also das sehe ich auch so und ich glaube, da müssen wir wirklich auch viel Aufklärungsarbeit bei den Unternehmen leisten, das ist ja das Thema, warum es ja zäh wird im Prozess, das ist auch was, also vielleicht jetzt wieder die Brücke zurück zur Sportveranstaltung, wo man eineinhalb Jahre auf den Event einmal hin arbeitet und das machen wir auch in der Vorbereitung mit unseren Kunden, dass wir da mal schauen überhaupt, was ist aus unserer Sicht ein realistischer Blick auf das Unternehmen, was ist ein Kaufpreis, der da lukriert werden kann, was ist überhaupt der Anlassfall, welche Arten von Investoren sind denn da überhaupt geeignet für diesen Anlassfall, das heißt, wir stecken dort schon einmal viel Arbeit hinein, um einmal ein gemeinsames Verständnis mit dem Unternehmer zu entwickeln, wohin die Reise gehen soll und wenn man da schon merkt, die Erwartungen sind ganz woanders oder nicht zu erfüllen, dann ist das auch für uns ein Zeichen, um zu sagen, dann sind wir vermutlich der falsche Partner für das, weil unser Anspruch ist, wenn wir gemeinsam antreten, wollen wir logisch das Bestmögliche herausholen für unseren Kunden, aber in einem realistischen Korridor. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, das in den letzten Jahren etabliert hat, ist eigentlich, dass wir so Market Soundings durchführen und da quasi auch ein gemeinsames Verständnis mit den Unternehmern im Vorfeld zu generieren, damit man nicht dann, ich sage mal, auf den letzten Metern eigentlich die Ziele nicht erreichen können und das ist, glaube ich, etwas, was sich sehr, sehr, sehr professionalisiert hat und was auch, glaube ich, für die Dealsicherheit am Ende des Tages ein wesentlicher Faktor ist. Also spricht nur für euch, wenn ihr das so macht. Es gibt sehr, sehr viele M&A-Berater, die Marktsoundings nicht machen, gut, das muss man vielleicht auch nicht immer machen, aber die mit, ja, teilweise unreflektierten, oder zu hohen Verkaufspreiserwartungen seitens der Verkäufer in den Prozess hineingehen. Das sind dann vielleicht genau diejenigen Mandate, die bei euch dann durchs Raster rutschen, weil ihr feststellt, nee, das, was der Verkäufer sich feststellt, das ist im aktuellen Marktumfeld nicht realisierbar. Erfahrungsgemäß, einen Berater gibt es immer, der das Mandat dann trotzdem annimmt und dem Verkäufer diese Preisvorstellungen bestätigt. Nach hinten raus implodieren die Prozesse dann eben leider häufig, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden können. Da die Zeit sich schon dem Ende zuneigt, lasst uns einmal, wie gewohnt, einmal den Blick in die Glaskugel wagen. Was erwartet ihr für 2024 und auch gerne die nächsten zwei, drei, vier, vielleicht sogar fünf Jahre für den M&A-Markt in Österreich insgesamt, aber auch für den Mittelstand? Also, ich glaube, wir gehen davon aus, dass jetzt schon, also gerade der österreichische Mittelstand sich ja als sehr robust und resolut bewahrheitet hat, das heißt, tolle Unternehmen hier sind, wo ich glaube, dass man doch mit aktiver Ansprache tolle Targets, tolle Unternehmer übernehmen kann, das sicher spannend ist. Der Markt hat sich sicher weiter professionalisiert, das ist auch etwas, was wir feststellen. Die Frage ist, wie weit jetzt, oder das spüren wir auch jetzt, deutlich die Insolvenzen zunehmen, also die Distress, die Lieferketten hinten nachbrechen, gewisse Sektoren jetzt einfach auf den Markt kommen, aber wir sind auch davon überzeugt, dass es zu einer Stabilisierung kommen wird und dass einfach gute Unternehmen nach wie vor immer einen guten Investor finden werden und das ist unsere klare Message, auch dort mitzugehen, was ich glaube, schon mitgeben möchte, ist auch, dass wir uns hier vorher mehrfach gestresst schon, dass wir uns als Aufklärer, als Übersetzer zum Mittelstand sehen, dass wir auch, ich meine, das ist jetzt, sorry to say, unser Bullshit-Bingo, das wir da in der M&E-Welt auch mitspielen von Teaser, M&E, NDA, Adjustments, dass man hier ein bisschen auf den Mittelstand eingehen muss in Österreich, der die Begriffe nicht kennt, das heißt, hier die Sprache sich auch verändert, das merken wir auch bei den Investoren, die sich da auch schon ein bisschen eine andere Sprachregelung geben, einen anderen Auftritt geben, unternehmerisch zeigen, nicht mehr genau der sind, der nur Zahlen vom Jahr zu Jahr vergleicht und ich glaube, dass es sicher spannend sein wird, auch wie sich vielleicht regulatorisch die Entwicklungen weiterentwickeln, weil bisher ist ja auch so, dass institutionelle Anleger in Österreich nicht großartig in Unternehmen investieren, das heißt, wenn sich dort auch ein bisschen ein Mindset-Wechsel ergibt, kommt noch mehr Kapital auch vielleicht aus Österreich mit auf den Markt und könnte dann auch spannend werden für diese Asset-Klasse. Seht ihr da schon regulatorische Änderungen am Horizont, die dazu führen könnten? Naja, die Pensionskassen und diese Systeme, die da jetzt ins Wackeln kommen, also irgendwann, glaube ich, muss da schon ein Umdenken stattfinden, dass man eben da auch ein bisschen mehr dosiertes, unternehmerisches Risiko eingeht. Da gibt es ja andere Länder, die uns deutlich voraus sind, wenn wir da etwas in unsere Nachbarländer in den Norden schauen. Also da gibt es, glaube ich, noch viel Aufholbedarf in Österreich und ich glaube, eine zweite Investorengruppe, die eben, wo wir auch in den letzten Monaten und Jahren sehen, dass die verstärkt auftreten, wir haben es ja auch schon im Rahmen des Podcasts kurz erwähnt, sind die de facto eigentlich Privatstiftungen, Family Offices, die jetzt immer vermehrt in Direktinvestments gehen und das ist ein ganz klarer Tent, den wir sehen und der sich sicherlich unsere Wahrnehmung in den nächsten Jahren weiter zunehmen wird und dementsprechend ein neue Player für Direktinvestments in Österreich sich etablieren werden. Aber das sind doch wunderbare Voraussetzungen. Dann gibt es bald noch mehr Kapital im Markt durch Änderungen in der Regulatorik. Es gibt noch mehr Family Offices, die aktiver werden. Unternehmen, die die Nachfolge suchen, gibt es sowieso zuhauf. Wenn dann noch die Zinsen wieder ein Stückchen runtergehen oder die Banken etwas weniger restriktiv sind bei der Aktifinanzierung, dann steht da doch in einem guten zweiten Halbjahr 2024 oder dann eben auch in den fortfolgenden Jahren nichts mehr entgegen. Wir beiden, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke in den österreichischen M&A-Markt, der dann doch vielleicht nicht so schlimm ist, wie wir im Vorfeld angedeutet haben. Ganz im Gegenteil, der sogar sehr, sehr spannend ist und ich glaube, wir konnten heute mit einigen Vorurteilen aufräumen und dabei noch viel lernen. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch an alle Zuhörer. Wenn ihr bis jetzt noch mit dabei seid und das Ganze als Podcast gehört habt, hinterlasst doch sehr, sehr gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify und empfehlt den Podcast weiter. Nächste Woche ist Karfreitag, da gibt es leider keine Live-Session, aber trotzdem wollen wir euch natürlich mit der nächsten Podcast-Episode dann auch versorgen. Es wird nächste Woche weitergehen mit der zweiten Folge unserer Closed-to-Deal-Insights-Reihe und dieses Mal werde ich mit meinem lieben Kollegen Flo Adomeit den gesamten M&A-Prozess ein bisschen im Detail beleuchten. Was sind die Do's and Don'ts? Was sind die Stolpersteine? Worauf muss man achten, um einen erfolgreichen M&A-Prozess zu führen? Das werde ich mit Flo nächste Woche sehr, sehr intensiv und detailliert diskutieren. Ab dem fünften geht es dann aber wiederum ganz normal wie gewohnt weiter mit der nächsten LinkedIn-Live-Episode. Vielen, vielen Dank euch allen und bis zum nächsten Mal.